Pietro Lombardi und Laura Maria Rüpper schweben aktuell im siebten Himmel. Denn der Sänger und die Influencerin durften erst vor wenigen Tagen erneut Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Doch wer erfuhr von der freudigen Nachricht der Geburt gleich nach Pietros Eltern? Kein anderer als Dieter Bohlen. Laut einem Interview wählte der frischgebackene Dreifachpapa sofort die Nummer seines DSDS-Kollegen. Nach meinen Eltern habe ich direkt Dieter angerufen. Er ist wie ein Vater für mich, schwärmte Pietro. Dieter, selbst Vater von sechs Kindern, ist total happy über die Baby-News seines Kumpels. Ich freue mich so für Pietro. Kinder sind das Größte, sie geben allem einen Sinn, betonte er. Wann genau der zweite Sohn von Laura und Pietro das Licht der Welt erblickt hat, wollten die zwei noch nicht verraten. Doch den Namen gaben sie bereits preis. Amelio Elija. Unsere Herzen sind gefüllt mit Liebe und wir genießen die Tage und die gemeinsame Zeit, verkündete das Paar auf Instagram. Pietro und Dieters Freundschaft nahmen bereits vor rund 13 Jahren ihren Lauf. Damals gewann Pietro die achte Staffel von DSDS und eroberte mit dem von Dieter geschriebenen Hit die Charts. Seitdem wurden die beiden Freunde und stehen sich bis heute nah. Auch in diesem Jahr sitzen sie wieder zusammen in der DSDS-Jury. Mit dabei sind zudem Beatriz Egli und Loredana Zefi.